Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute spielen wir mal wieder Zelda Breath of the Wild. Genauer gesagt, zeige ich euch einen Glitch, mit dem ihr Waffenschilde oder Bögen klonen, also doplizieren könnt. Das ganze findet hier links Haus statt, das ist in Hateno. Am besten teleportiert ihr euch zum Mayama-Ghana-Schrein und geht dann hier einfach über die Brücke zum Haus. Das Haus muss man bauen, indem man halt hier, ist halt bei, ist draußen so ein Lagerfeuer quasi, also so ein Kochkopf. Da stehen so Leute, denen man Rubine geben muss und dafür bauen die dieses Haus. Halt. Aber wenn ihr das noch nicht habt, dazu komme ich auch noch später. Jedenfalls, jetzt rüstet ihr ganz wichtig erstmal die Sachen aus, die ihr klonen wollt. Ich möchte das Hylia-Schild, einfach einen Fünffachschuss-Schimärenbogen und einen Schimären-Großschwert klonen. Für den Glitch braucht ihr 5-7 Fünffachschussbögen und mindestens ein Elektrofeil. Ihr kennt das ganze Spiel mit dem Menü-Überladen schon aus dem vorherigen Video. Deswegen wird nicht so lange rumgefackelt gehen, falls immer einen Bogen wegwerfen, den man ausgerüstet hat. Und einen neuen raus, nein. Wegwerfen, ausrüsten, dass es so lange bis hin komisch aussieht. So, das wäre jetzt. Jetzt habe ich zwar noch den Dreifachschussbogen, den will ich zwar nicht duplizieren, aber ist auch nicht so schlimm. Nur halb so wild. Jedenfalls hier. Jetzt rüsten wir eine andere Waffe aus. Ich nehme mal das antike Schwert, einen anderen Bogen, den Gardebogen, ein anderes Schild. Das Wächterschild Plus Plus. Wie ihr seht, haben wir die Waffen alle immer noch da ausgerüstet. Dann legen wir jetzt die Sachen hier in die freien Slots, die wir uns dafür gemacht haben, hin. Und seht, wir haben immer noch ein Hylia-Schild, immer noch Schimärenbogen und immer noch ein Schimären-Großschwerter. Dann könnt ihr einfach die ganzen Sachen wieder aufsammeln. Und wie ihr seht, habe ich jetzt zwei Bögen und zwei Hylia-Schilde. Und ja, und zwei von den Schimären-Großschwertern. Und ja, also jetzt kommt die Version, wie ihr Sachen, also Waffen gehen jetzt nur zu klonen, wenn ihr Linkshaus noch nicht habt. Da rüstet ihr wieder eine Waffe aus, die ihr klonen wollt. Auch irgendeinen Bogen halt. Und ein Diss-Schild. Dann kommt es wieder an die Reihe Menü-Laden. Den Bogen in die Hand nehmen, ins Unmantar gehen, wegwerfen, den nächsten Bogen ausrüsten. Bis jetzt wieder weiter. So, ich hoffe, jetzt hat es geklappt. Link ist jetzt nackt und ich denke mal, hat geklappt. Nein, leider nicht. Dann, jedenfalls, manchmal klappt es halt nicht mit dem Machen. Jedenfalls, aber sagen wir jetzt mal, das Menü hat, es hat geklappt. Dann müsstet ihr die Waffe einfach wegwerfen und hättet sie noch im Inventar. Dann könntet ihr sie auch sammeln und hättet sie dupliziert. Und das soll es auch mit dem Video eigentlich gewesen sein. Bitte abonniert auch unseren Kanal und lasst ein Like da für mehr Glitches in Zelda. Und bis dahin, haut rein Leute und tschüss. Tschüss.